gemeinsame fahrt in unserem und unsere erste gemeinsame fahrt in unserem trabant 601 kombi standard mit radio leider haben wir ein vergaser problem aber weil es ja noch kein richtiges auto sondern rasenmäher fährt natürlich auch ohne richtigen vergaser so wichtigste beim trabant ist der benzinhahn den schock brauchen wir in dem fall schon so kann natürlich sein dass sie mich jetzt gleich nicht mehr hören da das fahrzeug etwas laut ist ach so die bremsen funktionieren ich muss ich habe es nicht verstönt war So, wir sind zu Hause. So, wir sind zu Hause.